Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesu und Maria, die Mutter Jesu und auch unsere vielgeliebte Mutter. Jesus sagt, wie könnt ihr zum Glauben kommen, wenn ihr eure Ehre voneinander empfangt, nicht aber die Ehre sucht, die von dem einen Gott kommt. Wir alle, wir suchen Anerkennung, wir alle suchen respektiert, geehrt zu werden. Und es mag gut sein, wenn Menschen uns anerkennen, wenn sie uns respektieren, wenn sie uns die Ehre geben. Aber die Anerkennung, die uns am tiefsten erfüllt und die wie eine Nahrung für uns ist und unser Fundament ist, ist, wenn wir wissen, ich bin von Gott geliebt. Ich bin ein Kind Gottes. Das ist der Adelsschlag, den unsere Seele braucht und den unsere Seele in der Tiefe sucht, zu wissen, ich bin von Gott geliebt. Und wie Paulus sagt, auserwählte Heiligen. Und dann kann auch schon manches von Menschen kommen, was uns angreift, was uns traurig macht. Aber es wird uns nicht erschüttern können, weil wir wissen, ich gehöre zu Gott. Ich bin sein viel geliebtes Kind. Möge diese tiefe Gewissheit in uns wachsen. Möge dieser Glaube in uns wachsen und in uns verwurzelt sein im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Uns allen einen gesegneten Tag.